Wer hat Lust mal wieder ein paar Pazzi zu schnetzeln? Es ist Lenny, ich hoffe ihr auch. Ansonsten seid ihr hier falsch. Oh, hier ist wieder Pazzi, Halligalli-Typen! Yay! Hallo! Frische Igel! So. Hm. Dam-da-dam. Dam-da-dam-da-dam-dam-dam. Ignorieren wir einfach Pazzi. Ihr seid bald tot. Ihr seid bald tot. Sowas von tot. Tot, tot, tot. Dam-dam-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Hier geht aber die Lucia, war heile Witzker. Ähm, ja. Pazzo de la Signora? Senoria. Ah, okay. Dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Hier geht gut das Trübel ab. Hier geht's aber los. Du schon wieder? Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn! Nö. Exces denied, mein Freund! Wie komm ich da hoch? Ich will da hoch. Kinder von der Seite. Das gehen wir hin. SPRING! Wow, knappe Kiste. Hat funktioniert. Hier geht das die Stütze ab, ganz ehrlich. Oh, da ist eine Feder. Ist mir aber egal. So, mein Freund. Aurein! Aurein! So, mein Freund. Lass mich los! Man sieht nichts! Hau rein! Aber wenn ich nicht so auf dem Weg lebe, dann... APARTARAPAR! Scheiße. Warum springst du mal, Ezio? Warum? Meine Güte, ey. Ey, willst du mich rollen? Du willst mich rollen, oder? Es geht wirklich nur darum, mich zu trollen. Ätzio, ich könnte kotzen! Die Feder! Die kann jeder! Jo, Aurein! Jo, kein Ding. Ja, wie wär's, wenn du kletterst? Komm her, komm her! Willst du tanzen? Wer will tanzen, ne? Wer hält das? Piss dich! Verdammt! Ich sehe ihn nicht mehr! Ich bin unsichtbar! Hau rein! Wache! 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 Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Er ist gut, muss man mal sagen. Aber nicht gut genug, denke ich. Hoffe ich. Fürchte ich! Ja! 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 Spasti! Meine Güte. Als es erst im nächsten Leben anzustreben. Jo. Ipache. Hau sie rein. Libertar! 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 Freiheit! Libertar! Libertar! Popolo wäre Libertar! 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 Das ist doch auch ein Pazzi. Francesco! Leb wohl Francesco! Nein! Nicht die Sequenz beenden! Nein! Nein! Möchte ich gar nicht! Nein! Bitte nicht aus dem Animus! Das ist grad' zu schön! Die erlaubteste Republik! Florenz! Nicht Venedig, wie ich am Anfang von vor drei Videos gesagt hab' oder so! Da hab' ich was vertauscht! Hähä! Hähä! Haben wir's bald? Hallo! Ja! So begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo de Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn sie mit Jacopo arbeiten, waren sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, wartet, bevor ihr geht. Eine Kodex-Seite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco de Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Das war beim ersten Teil aber besser gelöst. Jetzt muss ich wieder da ganz hinlaufen. Schlägereien freigeschaltet. Finde ich gut. Auftragsantate freigeschaltet. Die Pazzi-Verschwörer. Ich würde jetzt allerdings gerne noch in diesem Video einmal schnell zur Villa, um unsere kleine, schöne Städtchen ein bisschen aufzubessern. Bisschen Tuning und so. Und ähm... Ich habe den Palazzo Medici auf der Karte markiert. Um volle Synchronität mit Ezios Leben zu erreichen, solltest du ihn untersuchen. Schön. Templer-Versteck. Geil. Dann gucken wir uns den nochmal an und dann machen wir im nächsten Video Pimpnis. Wo ist der denn? Auftragsantat. Will ich nicht. Will ich nicht. Ja, ja, ja. Templer-Versteck. Müssen wir an dem ganzen... Ja, verpisst euch. Ich bin schon weg. Bin ein Freund. Bäm. Bisschen Geld. Bisschen Geld. Dam, dam, dam. Ich mache mich mal ein bisschen reicher. Geil wäre es gewesen, wenn der Kerl sich auf die Finger gehauen hätte. Wer hätte da gerade? Ich glaube, ich mache einen Schnitt. Und äh... Doch, nee, doch nicht. Na gut. Wenn wir uns das Templer-Versteck mal eben angucken. Kann ja auch nicht schaden. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit einen Schnitt machen und dann in der Villa und so. Und Tuning und... Dann nicht. Bada-bada. Macht gar nichts. Macht gar nichts. Macht gar nichts. Ich heule gerne rum. Templer-Versteck. Palazzo de Medici. Komm, mach auf. Warum Medici? Ich dachte... Egal. Ja. Im Jahre 1479 den Palazzo de Medici interessieren und Lorenzo vor den Templern retten. So. Was ist hier passiert? Signor Lorenzo? Lorenzo ist leider verhindert. Hey. Du bist der Mörder von Francesco de Pazzi. Packt ihn. Mit Vergnügen. Komm mit nach. Auf ihn. Wenn ihr das denkt, dass ihr das schafft. Erinnert ihr euch an den aus Kusa? Nö. Nun, wie willst du gehen? Sagen oder Axt? Hau rein. Und tschau. So. Ich denke mal, das ist wieder eine Klettermission und deswegen machen wir einen Schnitt. Und dann machen wir das Ganze mit dieser Mission, mit dem Hausfriedensbuch plus dem Tuning im nächsten Video. Euer Lenny Overnaut.